Willkommen zurück. Im Zuge dieses Videos werden wir mit Prozenten rechnen und du wirst den Begriff des Zinses Zins kennenlernen. Nach diesem Video wirst du selbstständig dazu in der Lage sein, Exponentialfunktionen aufzustellen, die einen bestimmten Sachverhalt beschreiben sollen. Im nächsten Fenster des Arbeitsblattes findest du folgendes Beispiel. In diesem Beispiel legen wir 300 Euro auf ein Sparbuch und der Wert am Sparbuch soll sich jedes Jahr um 0,8% erhöhen. Im ersten Beispiel sollst du dir berechnen, wie viel Euro nach einem Jahr am Sparbuch liegen. Versuch das zu nicht selbstständig und pausiere dazu das Video. Gut, wie du bereits weißt, bedeutet es, dass wenn wir einen Wert um 0,8% erhöhen wollen, dass wir diese 0,8% zu den 100% vom Wert selbst dazugeben müssen. Das heißt, wir müssen eigentlich 100% plus 0,8% rechnen und das sind 100,8%. Das heißt, wir müssen von unserem Wert am Sparbuch 108% berechnen. In Dezimalschreibweise ist das 1,008. Ich habe hier einfach den Prozentwert durch 100 dividiert, um die Dezimalschreibweise zu bekommen, weil Prozent bedeutet ja so viel wie per 100. Das heißt, wir müssen uns von unseren 300 Euro, also der Wert, der gerade am Sparbuch liegt, 100,8% berechnen. Und das tun wir, indem wir 300 mal 1,008 rechnen. Das Ergebnis habe ich bereits vorbereitet. Hier kommt 302,4 Euro raus. Im zweiten Beispiel sollst du dir berechnen, wie viel Euro im Sparbuch nach 5 Jahren liegen. Versuch das zunächst wieder alleine und pausiere dazu das Video. Gut, bevor wir mit der Rechnung beginnen, stellen wir zunächst eine Überlegung an. Wir gehen zu einer Bank und legen auf das Sparbuch ein Kapital von K0. In unserem Fall wären das die 300 Euro. Nun bekommen wir Zinsen für unser Kapital und zwar in unserem Fall 0,8% pro Jahr. Das heißt, wenn wir das Kapital K1 nach ein Jahr berechnen wollen, dann wissen wir bereits, dass wir unser K0 mit 1,008 multiplizieren müssen. Wollen wir nun das Kapital nach zwei Jahren berechnen, so bekommen wir jetzt diese 0,8% Zinsen nicht auf unser Startkapital, sondern schon auf unser Kapital K1. Das heißt, wir nehmen das Kapital K1 und multiplizieren dieses wieder mal 1,008. Das Ganze wiederholen wir jetzt für K3. Wir multiplizieren wieder mal 1,008. K4. Wir multiplizieren wieder mal 1,008. Das heißt, wenn wir auf das Kapital kommen wollen, das nach fünf Jahren auf unserem Sparbuch liegt, dann müssen wir die 300 fünfmal mit 1,008 multiplizieren. Das heißt, wir rechnen 300 mal 1,008 hoch 5. Das Ergebnis habe ich auch schon vorbereitet. Hier kommt raus 312,19 Euro. Gut. Diese Rechnung hat übrigens einen bestimmten Namen und diese nennt man Zinseszins. Warum nennt man die so? Weil man sozusagen immer die Zinsen nicht auf das Startkapital bekommt, sondern auf das Kapital, das gerade am Konto liegt oder gerade am Sparbuch. Das heißt, ich bekomme für die Zinsen, die ich schon bekommen habe, wieder Zinsen. Gut. Nun, im dritten Beispiel sollst du dir überlegen, wie du eine Gleichung aufstellen kannst, mit der du den Wert am Sparbuch für eine beliebige Anzahl an Jahren berechnen kannst. Versuch das zunächst wieder alleine und passiere dazu das Video. Gut. Um hier eine Antwort zu finden, müssen wir eigentlich nur gleich vorgehen, wie beim zweiten Beispiel. Wir beginnen mit einem Kapital K0 und wenn wir K1 berechnen wollen, also das Kapital nach einem Jahr, müssen wir mal 1,008 berechnen. Wenn wir nun das Kapital nach zwei Jahren berechnen wollen, haben wir zweimal mit 1,008 multipliziert. Gut. Das heißt, wie oft müssen wir mit 1,008 multiplizieren, wenn wir das Kapital nach N Jahren berechnen wollen? N mal. Das heißt, wir nehmen die 300 Euro und multiplizieren diese mit 1,008 hoch N. Gut. Bei der vierten Aufgabe sollst du dir jetzt überlegen, nach wie vielen Jahren wir zumindest, also nach wie vielen Jahren sich der Wert am Sparbuch verdoppelt hat. Das heißt, nach wie vielen Jahren sind zumindest 600 Euro am Konto. Wir können das leider derzeit noch nicht berechnen, aber wir können uns an die Lösung herantasten. Dafür nimmst du die Formel aus dem dritten Beispiel und setzt für das N unterschiedliche Werte ein. Versuch das zunächst alleine und passiere dazu das Video. Gut. Ich werde die vierte Aufgabe nun mit Hilfe von GeoGebra lösen. Du kannst es natürlich auch mit deinem Taschenrechner machen. Dazu definiere ich mir zunächst in GeoGebra unsere Funktion, die wir gefunden haben, also KN, Doppelpunkt ist gleich, 300 mal 1,008 hoch N. Gut. In GeoGebra muss ich hier ein Doppelpunkt ist gleich schreiben, damit ich diese Funktion, also diese Gleichung, immer wieder verwenden kann. Nun wollen wir uns herantasten und schauen nach wie vielen Jahren, nach wie vielen N Jahren wir zumindest 600 Euro am Konto haben. Jetzt wissen wir bereits, dass wir nach fünf Jahren erst 312 Euro am Konto haben. Das heißt, wir können gleich wesentlich größer als fünf beginnen und beginnen gleich mit 50 Jahren. Das heißt, wir setzen für unser N 50 ein. Ups. dann sehen wir, wir haben bereits nach 50 Jahren 446 Euro am Konto, das ist aber noch immer zu wenig, also gehen wir gleich mal auf 100 Jahre rauf. Nach 100 Jahren haben wir schon 665 Euro am Konto. Das ist mehr als 600, aber wir wollen sozusagen genau die Anzahl an Jahren jetzt wissen, ab denen wir zumindest 600 Euro am Konto haben. Das heißt, wir gehen jetzt wieder nach unten und berechnen unser Kapital nach 90 Jahren. Nach 90 Jahren haben wir noch immer mehr als 600 Euro, also gehen wir auf 80 Jahre runter. Okay, nach 80 Jahren haben wir jetzt weniger als 600 Euro, also können wir wieder ein bisschen nach oben gehen auf 85. Okay, es sind noch immer weniger als 600, also gehen wir auf 86. noch immer weniger als 87. Okay, das heißt, nach 86 Jahren waren wir noch unter 600 Euro und nach 87 Jahren sind wir über 600 Euro. Das heißt, wir müssen zumindest 87 Jahre warten, bis aus unseren 300 Euro die zumindest 600 Euro gewartet sind. Gut, das heißt, wir können hier als Antwort schreiben, dass nach 86 Jahren haben wir 595,28 Euro im Konto, was kleiner als 600 ist und nach 87 Jahren haben wir über 600 Euro im Konto. Das heißt, unsere Antwort ist, nach 87 Jahren hat sich der Wert am Sparbuch erstmals verdoppelt. Nun sei noch erwähnt, dass wir hier das Beispiel zwar mit Herantasten lösen konnten, aber es wäre natürlich viel schöner, wenn wir uns die Anzahl an Jahren sofort berechnen könnten. Dazu könnten wir die Gleichung aufstellen. 600 ist gleich 300 mal 1,008 hoch n und diese Gleichung dann auf n umformeln. Allerdings können wir das derzeit leider noch nicht, aber die Auflösung findest du im Arbeitsblattlogarithmus Funktionen. Das war es für dieses Video. Im nächsten Video geht es mit dem Arbeitsblatt Exponentialfunktionen Hier.